Jau, es ist Mr. Mike, Spiel Nummer 3 hier gegen Eddy. Aus Stuttgart hergefahren, Alter. Drei Stunden Fahrt, in der Früh aufgestanden um sechs. Extra hierher kommt zum Spielen. Das ist krass. Das ist heftig. Vielen Dank dafür, das ist richtig geil. Und ja, Spiel Nummer 3. Mit dem Ball? Ja. Keine Ahnung. Ich glaube, das ist jetzt flexibel. Ja, da kann ich. Ich hab's mit dem Micke gesessen. Keine Kontrolle. Nicht wachsen. Schau, komm, Eddy. Komm. Weiter, weiter. Bist du dran? Bist du dran? Bist du... Oh! Oh, lass dich rein! Ja, ich mach dich mal. Dann bin ich nicht so weit weg. Weg noch. Oh! Fuck, son! Trittier! Ready, du musst einfach fest! Ja, schon, schon! Ja, schon, schon! Oh! 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 Ich treffe auch nicht gegen den, komisch! Irgendwie trat mir nicht gegen den. Der meint, der ist irgendwie... Der hat den Korb irgendwie, ich weiß nicht. Der trifft aber nice. Schau mal die Skills an. Nice! Oh! Der Abschluss, wenn der reingeht, man. Dann hat er dich beklassiert. Mach den Finger rein! Oh! Irgendjemand! Ihr murt jetzt! Ich mache一點... Je hule jetzt hier! Jumkę hier! Ä will ich letztenadorasen! Das ist Komm, Eddie, hol ihn! Bleib dran, bleib rein! 1, 1! Wie steht's? 1, wie steht's? 1, 0, oder? Wie steht's überhaupt? 3, 0 für dich! 3, 0 oder was, Mann? Ich glaube, 3, 0. 3, 0 für Mr. Mike. Mike Knight. Komm, Eddie, Rebound! Und Dreier machen! Mach den Dreier rein! Ganz kurz, Mann! Komm, Mike! Bleib dran, hier! Cabron, vamos, vamos! Alright, das war einfach. Eddie! Das sah auch easy aus. Bei ihm sieht das alles leicht aus. 5, 0! Komm, Eddie! 5, 0! Nice! 6, 0! Eddie, 1 Punkt noch! 1 Punkt noch! Nicht ganz kurz! Das ist auch einfach! Komm! Keine Ahnung! Und den Dreier rein, was noch? Ja! Ja, was ist? Nice, Eddie! Jetzt geht er rein! Jetzt geht er rein! Was soll er gegen ihn treffen, wenn ich? Gegen Eddie treffen? Komm, gut, Eddie! Bravo! Weiter, komm! Gut, Eddie! Geht nichts, nichts da! 6-0 für Meister Mike. Jetzt zieh oder nimm ihn! Dreier! Weiter, komm, Eddie! Willst du reingehen? Der Mike muss gar nichts machen! Die Klassenmusik! Ich bin voll auf! Ich bin gerade echt! Voll in dir! Schade! Komm, Eddie! Jetzt wird Erne! Du hast schon zu viele Würfel genommen! Drei Falle! Komm weiter, Eddie! Das gibt's nicht, gell? Bei mir gingen die auch nicht bei dem Reifen! Das gibt's gar nicht! Komm weiter, Eddie! Egal! Einen Punkt machst du auf jeden Fall! Deine Defense ist okay! Zieh, zieh! Zieh, Junge! Zieh! 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 Ja! Yes, Eddie! 6-1! Ihr könnt doch noch gar blocken! Deine ist schon 7! 6-1, glaube ich! Ja! Ja, oder? 6-1, ja? Mach ihn mal rein! Yes! 6-3, Eddie! Bravo! Jetzt komm jetzt! 1, 2, 3, 4, 3! Ja, ich stehe dann! 4-3 ineinander! 6-3, wir bist dabei! Oh, nice! Nice, nice, nice! 1, 3! Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Schau! Oh, oh, oh! Ja, ja! Abschluss heute ein bisschen, auch bei uns allen, ja! Abschluss geht heute mit bei uns allen! Ah, das gibt's ja nicht! Ah, komm, Mann! Hey, der Kopf ist wie verhext hier! Haha! 7-3 für Mr. May gewonnen! Oh, oh! Oh, oh! Was macht der jetzt? Mach ihn! Mach ihn! Das geht's! Oh, oh! Das geht's! Das geht's! Kann nicht vorbeizufeln! Schön, da! Ah! Weiter, gell? Immer noch 7-3! Hey! Oh, doch! Schrieg! Oh, okay! Haha! Haha! Ah, Eddie! Komm, weiterhin! Schrieg! Komm, ist doch mal wie ein Kind! 8-3! Schrieg mal ein Schwerpunkt als gegen mich! Nichts! Alles gut! Bis zum Abschluss! Jetzt macht er noch 3! Das ist gut! Jetzt reicht's mal! Endlich! 8-5! Nur noch! 3-3! Dann ist gut! 3-3 hintereinander! 8-5 beim Mr. May! 8-7! Nur noch! Bravo! Eddie! Ich würde dich zuerst aufdenken! 3 Quote von was? 8-7! 8-10 Mr. May! 2-3! 2-3! 2-3! 2-3! 2-3! Oh, schau! Nochmal! 2-3! 2-3! 2-3! 2-3! 2-3! 2-3! 2-3! 2-3! 2-3! Oh! 1-3! Wie viel? Unsere Quote hier ist bisher nicht gut! 1-3! Schau, da hat er dich gefischt, Mann. Das tut mir schon nichts dabei. Komm, Eddy, wir holen dir wieder. Lass dir das nicht gefallen, Mann. Und? Gefallen! Nichts! Bei ihm, Mann. Ich bin wohl bei mir voll. 80. Und? Ah, das gibt's nicht! Ja, spielt euch immer ruhig müde. Oh, oh, nice. Schau, wir sind zu weit. Oh, nice. 9,7. Ja, schön. 9,7 für Mr. Mike. Sehr nice. Und jetzt noch 3,00. Oder 2,00. Ah, komm, Eddy, die Kammer, gleich! Hey, bei 9,7. Hättest du einen 3er sehen? Nee, ich wollte das haben nicht. Wir haben ja gleich stehen, Junge. Du hast programmiert 9,7. Du hast sieben Punkte, Mann. Ist gut. Jetzt hol dir den 3er. Komm weiter, Eddy. Weiter. Weiter, weiter. Passiert. Du irritierst mich mit. Ich bin reingezogen, du sagst 3er. Mach was du denkst. Ja, dann denk ich 3er. Nein. Oh, jetzt aber 3er. Oh, Wahnsinn! Nimm ihn ganz offen. Zu kurz? Ja, wohl. Kondition ist da. Komm weiter, Eddy. Komm komm, Eddy! Komm, Eddy! Komm, Eddy. Komm, Eddy! Komm, Eddy. Dasyoub ender ... Komm, Eddy! Genau! Komm, Eddy, komm, Eddy! Gut so. Ah, schade. Ich hab keinen Namen. Ich glaub. Ich glaub. Wer war als letztes dran? Ich weiß es auch nicht genau. Wer war als sagt? Wer war relativ. Okay, werf drum. Wenn du drischst, hast du ihn nicht. Aber ich glaub, Mike hatte den Ball. Oh, jetzt drisch plötzlich. Ich weiß es nicht. Ich weiß echt nicht. Ich glaub, er ist... Ich hab keinen Namen. Ich weiß wirklich nicht. 10-7 für den. 10-7 für Mr. Mike. 10-9, wenn du jetzt drischst, ist es vorbei, oder? Oder zwei Unterschiede, Mike? Zwei Unterschiede, oder? Du hast schon 10-9. 10-9 verdient. Zwei Unterschiede. Ja. Prima, Daddy. Mach ihn. 10 beide. All right, Daddy. Jetzt für drei, dann ist es vorbei. Das wär's nicht. Das ist ein Gewinnspiel. So. Ein Dreier, dann ist vorbei. Nein. Cool, cool, cool. Nein, der nimmt doch den Dreier gegen ihn. 10-10. Jetzt muss ein Dreier, das ist vorbei. Komm, Maddy. Nice. 11-10. Wenn er zieht, haben wir beide keine Chance. Obwohl, wenn ich fitter wäre, dann fester. Dann wäre meine Defense-Präsidentin. Aber total gut. 12-11 für, noch ein Punkt jetzt. 12-11 für, Eddie. 12-11 für, Eddie. Komm, Mr. Mike. Jetzt lieg hier. Nimmst du den Dreier, bist du drückt? Mach doch sie. Mach doch sie doch einfach. Ich wollte die anderen schauen. 12-11. Komm, Eddie. Jetzt muss ich gut verteidigen. Ein Punkt. Jetzt will ich Skills sehen hier. Skills auf Mars. Nice. 12 beide. Das ist ein richtig hartes Kampf. Jetzt seht ihr das. Die Kondition lässt langsam nach. Alles schon weg. 12 beide. 12 beide. Komm, Eddie. Bleib dran. Okay. 13-12 für Mr. Mike. Eddie, du hättest schon lang gewinnen können. Fuck, ich weiß. Egal. Schon lang. Wie versteht? 13-12 für Mr. Mike. Jetzt brauche ich nur noch einen Punkt. Ich kann das ausspielen. Und sonst geht's. Gutes Match. Das war bis jetzt das härteste Match. Da fängt die Biene. Ich glaube, irgendwie. Sollen wir jetzt einen Kimse? Ja, jetzt kommt man dann. Ja, warum jetzt? Hier haben wir noch Kommentare. Ich kann nicht reden. Los, die Jungs. Gib dein Feedback zum Spiel. Mr. Mike. So, es gibt dein Feedback zum Spiel. Arter Kampf. Mr. Mike gegen Eddie. Eddie hat gut gekämpft. Die Dreier sind leider nicht reingegangen. Mr. Mike, seine Skills haben am Schluss doch entschieden. War ein gutes Spiel. Was meinst du, Eddie? Gut gekämpft? Ich habe mich angestrengt. Er ist echt schwer. Nicht so, wie man manchmal denkt. Wenn man so Videos schaut, hey, komm, der könnte man den vielleicht blocken oder so. Echt manchmal. Nur Chancen, ey. Das sind Welten zwischen uns. Ja, Mann. Kondition. Kondition bei jedem. Wir werden Leute nicht jünger. Aber man kann jung bleiben, indem man Sport macht und sich gesund ernährt. Alright? In der Natur. Also vielen Dank an die Jungs noch mal. Hier, Emil, komm auch mal hier. Komm her. Wir haben noch einen Fan dabei. Der ist nämlich auch noch gefahren. Oh, ist gehör im Lecker oder kommst du her? Ich komme aus Esslingen. Esslingen. Esslingen am Lecker. Alle drei Stunden gefahren. Sechs Stunden insgesamt. Ihr müsst doch heim auch noch fahren. Ja, Mann. Irre. Das war ein gutes Match heute bei dem Wetter. Sonnenschein in der Nähe von Chiemsee. Hammer. Kurze Pause. Kurze Pause und dann mal schauen. Alright. Okay. Peace. Peace. Peace.